wir sind fertig ja ich blick da sowieso nicht durch ja einfach im kopf geld wir machen die missionen die da in dem akt sind also die ausrufezeit und damit kassieren wir dann die würfel die macht man später auf und da kriegt man dann ganz viele items raus wirst du gleich sehen wenn wir dann alle haben kannst du überall rechtsklick darauf machen eigentlich macht man die hier macht wie bitte macht man eigentlich alle in weniger als fünf minuten fertig wenn man ausgelabelt hat da rottst du eigentlich nur so durch wenn du halt komplett fertig bist warum schickt ihr mich immer auf den desktop der urgen soll ist man da durch nice hier geht es ja ordentlich gut ab party die 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 Hier noch mehr Items rumliegen gehört Ich muss zurück Ich muss zurück Ich muss zurück Da hätte er was schönes Das hört sich doch mal gar nicht so paket an Das scheint mir unklug Äh, was war das denn hier? Das hier Ich weiß nicht, ob du das gebrauchen kannst Skupke Tats wahrhaftig Können wir ja nicht hier Hier Stufe 8 Gegenstand abgeben so langsam Echt, die ganze Zeit hat nichts gefunden was besser ist, ey Okay Ich weiß gar nicht, ey Ja, Brustpanzer habe ich immer noch Und Manu, wie viel Schaden machst du jetzt? Also Brustpanzer, irgendwas mit Stärke und Vitalität und Lebensrecken Äh, 638 Ah, ich bin gerade mal bei 515 236 Schaden 391 Ey, was ist mit euch? Ja, Manu und ich haben, haben, sie sind schon öfter gespielt Aber trotzdem ist das so viel krass Ich finde einfach nur Scheiße, ey Das erste Mal Dabei sind wir im Level immer noch übelst langsam Ja Cool, wir sind gleich gerade mal 30, ja Boah, ich glaube ich mache das auch hier voll falsch mit den Waffen zum Beispiel Ich hätte jetzt zum Beispiel, äh, warte mal, ich mache das einfach mal in den Chat rein Dann vergleicht ihr mal Ah So Die beiden, ja Das Gelbe habe ich, äh, aktuell angelegt Mhm Das würde bei mir minus 55,1 Schaden abziehen Ja, jetzt ist die Frage Mehr Schaden Oder bleibe ich dann halt wirklich bei dem anderen Ding wegen Lebensreck und so? Mhm Wenn du Nahkampf gehst, dann würde ich mehr Schaden machen Aber halt das, äh, oder halt gucken, dass du, ja Dass du halt nicht zu wenig machst Ja, weil das würde 21,8 Erholungen weg, wegballern und ich bin jetzt gerade bei 400 Ja, das weiß ich nicht Wenn du mehr Schaden machst, dann ist halt für die Viecher halt auch weniger Gelegenheit, dich überhaupt richtig zu treffen Also ich habe bei Zähigkeit 4000, Erholung fast auch 400 Und die kriegen mich nicht platt, wenn ich da die Ollo umhauen will Okay, jetzt statt 236 Schaden haben wir dann, äh, 401 Schaden Ja, ist doch nicht schlecht Dann kannst du als Nahkämpfer wenigstens auch mal mitmachen Ja, vor allen Dingen, das bringt auch Ich habe 5202 Zähigkeit Mit dem Teil habe ich dann, äh, 6500 Äh, okay, ich nehme das doch Ach, scheiße, das sind Zweihand Deswegen hatte ich das nicht ausgerüstet Habe ich halt kein Schild mehr Okay, so, okay, lass mal das Ich finde gar keine Ringe mehr, äh Naja, Ringe ist auch gerade so ein bisschen Das ist bei mir Ringe und Amulett Ein Amulett habe ich gefunden und zwei Ringe, mehr nicht So, wie viel müssen wir noch? Ach, zwei, ne? Drei Ja, siehst du doch, wenn du auf der Map guckst Dann kriegen wir wieder zwei Würfelchen und dann könnte die alle aufrotzen Dann kriegt ihr da ein bisschen was Dann machen wir die Fähigkeit zum Atom an Ja Ja Na, hier nach könnten wir auch gleich, dass wir auch gleich machen Ja Ja, wir machen auch Abhause Ja, dann kannst du auch noch mal kurz machen Ja, dann kannst du auch noch mal kurz machen Boah, hier haben wir Boah Boah, wie schnell der jetzt gefickt wird, Alter Na ja, Mann Gut, gut, übelst gut Ich hab glaube ich gerade eine Nutzer oder so gestopfen Naja Jetzt noch? Ja Ja Keine Ahnung, ey Fisch in den Finger Juppi, hör die Julle Boah Vielleicht mal waschen Ach ja Mhm Bei mir kommen komischerweise keine Auch wenn ich nachts zocke und das Fenster offen hab Kommt kein Schwein rein Ja, ich glaub von draußen kommt der Träume die Flüge da rein Also wohnst du bei dir wie Spider-Man Ja genau Wo ist Teddy Bear? Sammeln das Gold? Sehr gut Braves Südchen Ah, da müssen wir hin Ist da noch was? Ich mag diese Ich mag diese Ich mag diese Gehen wir zu dir hoch Mario oder ist nicht ihr richtig? Na ihr seid falsch Und ihr seid nicht richtig Oder? W-w-w-was? Falsch und nicht richtig Nein, wir sind falsch Das Tor ist da hinten Ich bin doch nicht einfach nur hinterher gelaufen Weil die ganze Zeit hier nur Gegner waren Ja, ich hab mich auch teleportieren können Natürlich Ja lass mich doch laufen Was hatte dein Kopfschutz nochmal? Was, meiner? Ja Inwiefern? Ich hätte da eventuell nochmal was schöneres Echt? Ja Schon wieder alter? Bist du Zauberer oder was? Alter Ich mein Dämonenjäger Juhuhu Vielleicht sollte ich doch auf äh Zwei Hand mittlerweile umstellen Ey Ich doch, ach so ich bin falsch gedacht Wenn du Angriffsgeschwindigkeit hast Dann ist das gut Wenn du halt keine Angriffsgeschwindigkeit hast Dann stehst du halt ziemlich lahmarschig zu Und dann klaut dir Manuel alles So, bist du denn hier Hier Ey ich hab den Leuten Bescheid gesagt, dass ich Ohjau Sehr nice Sechzehn Nachrichten aus zwei Chats, Alter Ich geh, ich geh am Arsch, Alter Okay, ich nehme zwei Hand Äh, das geht mehr ab Oh, was ist da denn? Oh, ein Ring, ein Ring, ein Ring, ein Ring Oh, toll Ein legendärer Ring Ich glaub, äh, die Ball auf zwei Hand war schon ganz geil Ja, ist auch, wenn du jetzt noch Angriffsgeschwindigkeit hast, dann lohnt sich das auch richtig Na ja, das krasse ist Na ja, das krasse ist Bei dem Teil, bin ich jetzt bei 100 L Stärke 96 Vitalität 427 Leben pro Treffer Ja Sieht aus wie ein Blutsplitter Goblin Nein, nein, der splittet sich Ach, der Oh nein Oh nein Ah, da kann er wenigstens nicht abhauen Ja der teilt sich auch Ja, der teilt sich auch Ich hab immer kleine und kleine Ja, ich töte alles Alter Kann wir jetzt alle? Ja, haben wir Ja, ich bin überlastet Das weg, das weg, das weg, das weg Okay, was haben wir noch, hier das nehmen wir noch das nehmen wir noch ich kann nicht mehr tragen da gehst du erstmal im sack da muss ich jetzt erstmal durchgucken was haben wir denn da noch? keine ahnung was das ist helm scheiße schuhe scheiße zwei handwaffe scheiße helm besser boah hat sogar nen sockel sehr schön immer in den schultern das ist halt echt murks dring juhu mal eben kurz hier den der gewährt mir aber mehr heilung das ist gut ne ist es nicht oh alter jetzt erstmal hier warte mal was haben wir denn hier dämonenjäger neuer zwei handwaffe rest kann ich alles wegwerfen ok das brauchst du eh nicht zauberer hab ich denn für euch noch irgendwas? nein nur zauberer und hexen wo haben wir denn hier nen tisch? ja doch hexendoktor wollen wir nen tisch zum entzaubern hier? äh irgendwo war hier gerade einer hier vorne rechts ist der glaube ich der ist der vorne hier wo ich stehe hier ah ok ok schöne sachen ey was für map teil waren wir? oh endlich mal was schönes für brust ach doof alter ok lol was hatte ich denn hier dämonen ach so da da liegt ein drüber kristall rum den irgendjemand von euch gehört war das so für körper? wie bitte? körper? ja warte mal brauchst du mal ob sich das lohnt ah da hab ich 34 zu dem da äh ja lohnt sich ok warte mal wo bist du? ja nicht nur auf die rüstung achten sondern auch auf die werte die da sind oder die sekundär und primär werte die ihr da habt oh ja joho manu ich mach jetzt 560 danke dir dann mal hier noch schön ich geh ja richtig ab so Schild brauchen wir ja nicht mehr hm dann mal hier Zauberer, Zauberer das war für brust das ist schon mal mal ah bis hier da fertig seid geh ich auf der ladder wir wollten doch sowieso Pause machen oder nicht? sondern noch nicht durch so was fehlen denn noch? nein 3 4 noch bin da ok warte mal so nehmen wir ok ich brauch noch einen Moment so wohin deiner so wohin deiner so es ist bis in es ist es ist